...auf einem Schienensystem bis ins Funnelcenter gerufen. Ohne, dass jemand drin ist. Nein, ohne, dass jemand drin ist. Und erst im Funnelcenter werden die gefahren. Das heißt, diesen ganzen Weg ist gar keine aktive Bewegung. Das wäre auch recht fatal, dass Poloswarien-Berke 6,5 Quadratmeter gehen würden. Wenn Sie sich vorhören, das ist ganz am Ende, dann hätten Sie schon einige Kilometer unter. Und das soll natürlich nicht sein.